Der Sami Klaus hat zwar letzte Woche seinen grossen Auftritt schon gehabt, er hat sich aber doch noch mal die Zeit genommen, uns einen Besuch zu machen. Guten Abend. Zeit wird es jetzt aber auch für alle diejenigen, die noch ein Geschenk brauchen oder eine Idee suchen. Wenn Sie bei Gobine schauen, finden Sie ganz sicher ein passendes Geschenk. Etwas Praktisches zum Beispiel, das man schon gut über die Feststatt brauchen kann, sind die Satrap Haushalthelfer. Wie die Friteuse Midi-Frit, der Satrap Raclo-Grill oder die Espresso-Vap. Spielsachen, die jedes Kinderherz höher schlagen lassen, finden Sie natürlich auch bei Gob. Herzige Baby- und weiche Kuschelbären. Originalgetreue Oldtimer. Unterhaltsame Spiel für die ganze Familie. Oder der lustige Roboter. Vergessen Sie übrigens nicht, die Spielsachen mit Batterien auszuräuschen, dass es dann an Weihnachten eine Enttäuschung gibt. Besonders geeignet für alle Spielwaren sind die Panasonic Neopower Hochleistungsbatterien, die Sie bei Gob in verschiedenen Grössen überkommen. Jetzt habe ich Ihnen gerade noch einmal einen Geschenkvorschlag, der vor allem modibewusste Freude hat. Die Dynastie, die neue Swiss Quartz-Uhr zum Abwechseln. Es gibt sie in sechs modischen Farben, im unkonventionellen Design und man trägt sie als lässiges Accessoire. Sie sehen also, Gob macht Ihnen das Schenkenlicht. Für einen feinen Sonntags- oder Festtagsbraten sind Sie beim Gob-Metzger an der richtigen Adresse, weil er Ihnen nicht nur Fleisch verkauft, sondern sich auch freut, wenn er sich beraten kann. Natürlich gibt es bei Gob alles Übrige, was dann den Braten noch besser macht. Zum Beispiel die unwiderstehlich guten Knorr-Sauce. Und die Vielfalt von auserlesenen Gewürzen, Krüttern und Gewürzmischungen von McCormick. Eine feine Beilage sind die bachofenfertigen Pommes du Chess von Goldstar. Zu jedem Essen passt das Walserwasser mit dem ausgewogenen Geschmack und dem angenehmen Kohlen-Säure-Gehalt. Und zum Abschluss wird die feine Pierrot-Schwarzwälder-Rahm-Glasser-Torte von allen geschätzt. Weiter geht es jetzt mit dem Grob-Rezept dieser Woche. Boulet auf verschiedenste Arten ist immer wieder gut, aber Coco Riesling ist ein Festessen. Ich habe ein Boulet in acht Stück zerlegt, gewürzt und lasse es im Öl goldbraun werden. Ein paar Schalotten kurz mitdämpfen, dann die Gasrollen vom Feuer nehmen und das Boulet flampieren. Wieder draufstellen und mit Riesling ablöschen, würzen und zudeckt im Ofen schmoren. Während dieser Zeit 200 Gramm Champignons schieben, im Anken sortieren und kurz vor Schluss zu den Boulet-Teilen geben. Wenn es so weit ist, die Boulet-Teile auf eine vorgewärmte Platte anrichten und an der Wärme halten. Soße mit Rahm verfeinern, abschmecken und über das Boulet gießen. Ganz zum Schluss ein paar weisse Trauben im Anken schwenken und damit das Boulet garnieren. Den Coco Riesling servieren Sie mit Pommes du Chesse und wenn Sie Lust haben, mit Röselenküll. Das Rezept steht in der Coop-Zeitung dieser Woche und morgen den ganzen Tag im Teletext seit der 270. Sie werden sehen, es gibt einen Erfolg. Soviel für heute, wir danken fürs Zuschauen. Wünschen Ihnen weiterhin einen schönen Abend und bitten Sie noch um die Aufmerksamkeit für die Coop-Aktionen dieser Woche. Zum Anfang der aktuelle Preisschlager. Bei Coop gibt es jetzt die bedruckte Tischdecke aus 100% Baumwolle in verschiedenen Dessins und Farben für nur 19 Franken. Bis zum nächsten Dienstag gibt es bei Coop zwei Flaschen Abwaschmittel Fox Citron statt 4,20, nur 3,50. Zwei Flaschen Abwaschmittel Fox mit Thermafin statt 3 Franken für nur 2,50. Tiefgekühlte Goldstarr-Boulet, ein Kilo statt 6,10, nur 4,90. Zweimal 80 Gramm französischer Frischkäse Tartare statt 3,90, nur 3,20. Zweimal 1 Kilo Sand für Geschirrspüler statt 7,90 für nur 5,90. Goldstarr-Rahmglasse Tourte Schwarzwälder statt 7,40, nur 5,70. Goldstarr-Rahmglasse Vanille statt 2,90, nur 2,30. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag Bananen per Kilo nur 1,40. Auf Wiedersehen! Goldstarr-Rahmglasse